Die Sendung wurde live untertitelt. Die Partei, die von dem Volk gewählt worden ist, ist die AB Serie E, die Allgemeine Bevölkerungskriege für Deutsche Einheit. Dies ist ein unerwartetes Ergebnis. Der Unterlegene hat die Wahl mit der großen Mehrheit der Stimmen gewonnen. Wir haben es geschafft. Ja, alles war wie vorher gesagt. Das Publikum darf nie herausfinden, dass wir die Wahlergebnisse manipuliert haben. Jetzt ist die gefährlichste Seite für uns. Was mal alle uberigen Bedrohungen aus? Diese Information muss von niemandem gewusst werden. Um diesen Beweis zu schützen, schreibe ich einen Code. Das macht keinen Sinn. Was wüsste dieser Mann? Warum ist er tot? Was ist das? Eine Code? Nur mein französischer Freund kann das lösen. Wir haben direkte Befehle von dem Kanzler. Dafür sind sie nicht zuständig. Dieser ist unser Tatort. Folgen. Wir haben die Beweis zu schaden. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.